Egal, mach Musik aus und mach Paket auf. Oder Kalendertürchen. Meine Fresse. Kann doch nicht so schwer sein. Naja, egal. Ich bin aufgeregt. Ah, hier riefst du nicht. Nein, machen wir nicht mehr. Weil nachher, wenn ich das wieder auf YouTube hochlaute, habe ich dann wieder Probleme. Wegen Urheberrecht und so einen Scheiß. Also lassen wir es erst kurz aus. Können wir ausblenden. Und wir machen das nächste Geschenk auf. Nein, das nächste Kalendertürchen. Mal gucken, was drin ist. Wie gesagt. Hört man das? Und das explodiert. Oh, das hat man doch schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Ein Red Bull. Kommt zum anderen Red Bull auch gleich in Kühlschrank. Ich hoffe ja, dass die Wodkaflasche irgendwo noch drin ist. Ah, na die Fäde, die muss kommen. Also packen wir morgen. Morgen packen wir dann auch was härteres. So eine Flasche oder wo irgendeine Flüchtigkeit drin ist. Vielleicht ist es ein Red Bull. Vielleicht ist es auch der Wodka. Also in diesem Sinne wollen wir uns schon verabschieden. Eigentlich wollten wir ja noch mal gucken, was Versus heute spielt. Wir sind kurz vor 18 Uhr online. Aber ich habe hier noch ein schönes Lied dabei bleiben. Und das ist sowieso das Album vom neuen Versung heißen. Wir machen an. Herrlich. Oft schon habe ich mich gefragt, wer da unten an meinem Klöten nagt. Ja, manchmal kann es nicht so, aber vielleicht noch mal ein längeres Zehen. Krank, das weiß ich, bin ich nicht. Doch irgendetwas begattet mich. Es ist Freddy, mein Schwester ist mehr schwarz. Aber wie gesagt, es ist ein Fell und sein Gesicht. Und auch der Rest macht mich fickerig. Er erregt mich tierisch und mir geht einer ab. Und das arme kleine Vieh ist bedeckt mit Wichse wie noch nie. Und trotzdem nagt er schon wieder an meinem Sack. Jetzt wo ich weiß, was mich erregt, hab ich mir etwas überlegt. Denn Freddy hat auch ein schönes Hinterteil. Mit dem Rasierer in meiner Hand polier ich ihm den Popo blank. Und hau ihm schließlich meinen Kolben rein. Es ist sein Fell und sein Gesicht. Und auch der Rest macht mich fickerig. Er erregt mich tierisch und mir geht einer ab. Und das arme kleine Vieh ist bedeckt mit Wichse wie noch nie. Und trotzdem nagt er schon wieder an meinem Sack. Komm schon Freddy, sag noch ein bisschen weiter da unten noch. Du bist auch eine Möhre, du geile Sau. Du kriegst auch eine Möhre. Freddy. Ja, wie gesagt, nächste Woche können wir uns natürlich noch ein neues Musikvideo und ein neues Lied von Versus an. Ganz kritisch wird das begutäugelt. Und ja, wir verabschieden uns erstmal für heute. War jetzt noch ein kleiner, spontaner Springen. Nur um zu gucken, was wir zu verkündigen haben. Jetzt wissen wir es ja. In diesem Sinne. Deutsche Rock und Tour verabschiedet sich. Irgendwann sag ich mal. Spitzenzweiter sag ich mal. Aber vielleicht noch mal ein Bock, wenn es Neuigkeiten gibt. Sehen wir uns. In diesem Sinne. Haut ein. Deutsche Rock und Tour ist aufgeland. Wie das Europe ist definitiv fest. Dann Minden. Wir sehen uns. Können drive das gef occasione. Wir sehen uns.